Heute feiern wir Weihnachten. Wir feiern das immer mit einem Trotz. Trotz dem Dunkeln und Belastenden. Trotz der Scheitern in Beziehungen. Trotz der verlorenen Arbeitsstelle. Trotz der Krankheit. Trotz der Krise. Wir sind in diesem Jahr oft verblüfft worden. Ja, manchmal sind wir so richtig verschrocken. Die Welt ist mit einem rasanten Tempo unterwegs. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Aber vieles scheint noch so normal zu sein. Was einmal undenkbar hat geholt. Die digitale Revolution. Das populistische Gehaben. Ablehene gegenüber dem, was anders ist. Was anders liebt. Was anders lebt. Was anders glaubt. Die Atmosphäre unter uns ist geprägt von Unsicherheit, Misstrauen und einer tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit. Weihnachten bedeutet, dass wir uns trotzdem nicht lähmen lassen lassen lassen. Wir geben der Angst und der Not nicht recht. Weihnachten, die Feier und die Weihnachtsgeschichte erzählen, bedeutet aber noch mehr. Es bedeutet, sich von dieser traumhaften Erzählung unterbrechen zu lassen. Es darf geträumt werden. Es darf geträumt werden, wenn wir hören, fürchtet euch nicht. Und das ist in diesen Tagen nicht banal oder kitschig. Es ist ernst gemeint. Hebt keine Angst. Und wie traumhaft schön ist es, wenn man am Abend ins Bett liegen kann und nicht Angst haben muss. Die Weihnachtsgeschichte bedeutet aber auch, sich wieder neu einzulassen auf die Botschaft Friede auf Erden. Friede auf Erden. Das gilt. Friede, gerade wenn sich auch unsere Erwartungen nicht erfüllen. Friede bleibt ein Flickwerk. Auch wenn man für den Frieden Preise gewinnen kann. Friede, wo bist du? Übrigens, wisst ihr, wer von diesen vier Menschen am häufigsten für den Friedensnobelpreis nominiert worden ist? Der Gandhi, der Hitler, der Stalin oder der Mussolini? Nein, es ist keine Scherzfrage. Wirklich nicht. Es ist bitterer Ernst. Alle vier sind für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Und der Stalin zweimal. Wer hat ihn bekommen? Der Gandhi? Nein. Keiner. Keiner hat den Friedensnobelpreis bekommen. Barack Obama hat ihn 2009 als erster schwarzer Präsident bekommen. Große Hoffnungen und Erwartungen sind ihm gesetzt worden. Jetzt, zwei Jahre nach seinem Amtsabschluss, sind wir so weit weg vom Frieden wie der Mond von der Erde. Die grossen Erwartungen werden enttäuscht. Wie man eben immer enttäuscht wird, wenn man zu viel erwartet. Dann ist doch der Frieden im Kleinen realistischer, oder? Auch dieser Friedenstraum bekommt seinen Lack ab. In diesen Tagen ist es vielleicht besonders spürbar. Weihnachten sollte doch mit all unseren Bemühungen, Planen und Organisieren so schön werden. Und dann ist das Essen nur halb gelungen. Die Stimmung ist gestern Abend nur halb harmonisch gewesen. Die Kinder haben sich vielleicht nur halb anständig benommen. Und der Pfarrer ist nur halb zufrieden mit der Weihnachtspredigt. Noch nie war der Druck so gross, dass alles ganz muss sein. Die Bilder und Filme des perfekten Menschen und die Momente auf Facebook, Instagram und YouTube grüssen. Es wird so gern verdrängt, dass zum Leben Riss gehören. Brüche, Schattenseiten. Das Leben bleibt Stückwerk. Egal welches Fest wir feiern. Und viele fühlen sich in diesem Druck und in diesem Unvollkommenen allein gelassen und unverstanden. Wie damals die Hirten. Verlassen wurden von den Engeln. Die Engeln haben doch gesagt, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Heute gehören die Engel zwar noch zum guten Ton und vermitteln ein wohliges Gefühl, aber die Enttäuschung bleibt. Nicht so bei den Hirten. Sie flüchten nicht in die Ferien. Und sie resignieren auch nicht. Sie machen sich auf den Weg. Sie pressieren zu Maria und Josef und zum Kind. In diesem Kind, schreibt der Paulus, ist die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen. Das konnte Paulus erst schreiben, nachdem der Jesus auch gekreuzigt worden ist und auch verweckt worden ist. Ohne Ostern haben wir keine Ahnung von Weihnachten. Kreuz und Krippen gehören zusammen. An beiden Orten kommt die Güte und Menschenliebe Gottes. Wird sie sichtbar. An beiden Orten wird übrigens auch geschreuen. Am Kreuz wird geschreuen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Stall von Bethlehem schreit ein Baby. Und vielleicht schreit es darum. Ich bin Mensch geworden. Ich bin euer Retter geworden. Von was sollen wir denn gerettet werden? Vielleicht zuerst einmal von unseren zu grossen Erwartungen. Im Kleinen und im Grossen. Wir erwarten von der Welt globalen Frieden. Von unseren Mitmenschen Beziehungen im Wohlfühlmodus. Und von uns selber. Ein erfolgreiches, zufriedeniges Leben ohne Krankheit. Ihr Lieben, das ist alles definitiv eine Schuhnummer zu gross. Da muss sich Enttäuschung einstellen. Beim Friedensnobelpreis und anderswo. Nehmen wir doch Tierte zum Vorbild. Pressieren wir doch wie sie zum Kind. Zu Maria und Josef. Tierte gehen zu konkreten Menschen. Sie beschäftigen sich nicht so mit illusionistischen Träumen. Ihre Ideale sind keine Luftschlösser, die zerplatzen wie Seifenblasen. Tierte begegnen einem kleinen Kind. Und im Kleinen geht ihnen das Licht auf. Der kleine Anfang hat eine immense Kraft. Lernen wir doch wie die Tierte. Die Staunen über das Kleine. Alles ist klein in dieser Geschichte. Städtchen Bethlehem. Unbedeutender als die Großstadt Jerusalem. Oder Zürich, New York. Es ist nicht das erste Haus auf dem Platz. Nein, es ist ein Stall. Es ist ein Baby, nicht ein erwachsener Held. Es ist ein Flüchtlingskind, nicht ein einheimischer Prinz. Das Kind wird besucht von Hirten. Der Verlierer von ihrer Zeit. In der Nacht, nicht am strahlenden Tag. Geschichte erzählt keine Lösung. Nicht ein Rundumschlag. Sie ist nicht ganz. Da darf auch mal eine Taufschale ausgeschüttet werden. Aber das Kleine ist bedeutend. Ja, wir wissen doch, dass eine Geburt eines Kindes das Leben komplett auf den Kopf stellt. Jedes Baby ist doch so abhängig und zerbrechlich. Nichts ist wie vorher, wenn es da ist. Es berührt uns. Es erfüllt uns. Es verwandelt uns. Es appelliert an unser Bestes, was wir haben. Dass wir väterlich und müdlich sind. Dass wir beschützen. Dass wir trösten. Dass wir halten. Und tragen. Dass wir satt machen. Dass wir lieben. Dass wir lieben. Ein kleines Kind. Der Tolkien lässt den Gandalf im Roman Herr der Ringe sagen. Manche meinen, dass nur durch eine grosse Macht das Böse in Grenzen gehalten werden kann. Ich habe etwas anderes beobachtet. Ich meine, es sind die kleinen Taten. Jeden Tag. Taten der kleinen Leute, die das Böse im Zaum haben. Die kleinen Taten der Güte. Und die Weihnachtsgeschichte erzählen bedeutet, auf die kleinen Taten achten. Es ist nicht egal, was wir tun. Es spielt eine Rolle. Auch wenn wir nicht gerade fotografiert werden und auf Facebook gepostet werden. Es ist nicht egal, was wir sagen. Über uns selber und über den anderen. Ob wir helfen. Und ob wir aufstehen, wenn uns Ungerechtigkeit begegnet. Die Geschichte des Kindes kann bewirken, dass wir unser Bestes geben. Im Kleinen. Dass wir fürsorglich werden. Wir werden verantwortungsvoll und zugewandt. Weihnachten passiert da, wenn wir uns wie Tierte am Kleinen zuwenden. Und darauf vertrauen, da ist Gott lebendig. Da ist Gott, der rettet. Da ist Gott, der uns anspricht und sagt, versuch dein Leben zu leben, wie es Jesus gesagt hat. Und weisst du was? Du musst nicht ganz werden. Das ist nur einer. Und das ist ja seit Anfang gewissermassen die Utopie des Menschen. Sein will wie Gott. Ganz will sein. Doch wir können nicht sein wie Gott. Mit unseren Diskussionen und unseren Bemühungen können wir die Konflikten der Welt nicht lösen. Und Klimaerwärmung auch nicht abkühlen. An Weihnachten werden wir gerettet von dieser aberwitzigen Idee, sein zu wollen wie Gott. Wir Menschen allein können die Welt nicht retten. Aber nur, wenn wir mit Gott zusammenwirken. Mit ihm zusammen. Und so machen wie er. Er hat sich klein gemacht. Einfach und bescheiden. Ohne Machtansprüche hat er sich auf die Menschen eingelassen. Und hat vertraut, dass aus dem Kleinen etwas Grosses wächst. Es fängt im Kleinen an. Beim Kind und im Stall. Der Stall war kein Palast. Es war eine Höhle. Dreckig und kalt. Vielleicht auch schützend und wärmend. Weil es Feuer gebrannt hat. Wo immer du dich auf deiner Lebensreise befindest. Du brauchst so einen Ausgangspunkt. So einen Bezugspunkt. So eine Höhle. Ein Zuhause. Vielleicht nicht so wie der echte Stall. Vielleicht ist es ein Glauben. Ein Gedanke. Von dem kleinen Traum. Und damit verbunden. Ein Gefühl. Ein Zimmer voll Freundlichkeit. Ein Welt voll Verständnis. Wo du geborgen bist und willkommen. Der Stall ist das Bild für unsere Seele. Wir brauchen in unserer Seele einen Ort, wo wir zu Hause sind. Wir brauchen, dass Gott bei uns wohnt. Dass Gott in unsere Höhle zieht. Dass Gott sich ein wärmendes Feuer anmacht in uns. Dass Gott im Kleinen anfängt. Bei mir und bei dir. Weihnachten. Das ist der kleine Anfang. Das Wunder. Der kleine Traum. Der besondere Ort. Trägen wir die Geschichte in unserem Herz. Sie kann unsere Unruhe heilen. Sie kann unsere Seele wärmen. Sie kann das Herz stark machen. Und sie holt das Beste aus uns raus. Nicht für uns allein. Sondern für die anderen auch. Möge Weihnachten wahr werden unter uns. Heute. Jetzt in unserem Herz. Und im neuen Jahr. Amen.